Hallo liebe Zuschauer, zum Trading-Tipp des Tages heute am Mittwoch. Sie haben es sicherlich mitbekommen, Donald Trump hat sich mal wieder über Twitter geäußert und dieses Mal droht er Syrien und Russland, dass er Raketen über Syrien abwerfen wird. Er wird auf den vermeintlichen Giftgasanschlag reagieren. Man muss jetzt abwarten, ob es wirklich dazu kommt, aber die Märkte haben reagiert. Der DAX ist etwas schwächer unterwegs, war zeitweise mehr als ein Prozent im Minus und auch der Goldpreis als sicherer Hafen zieht an, genauso wie die Anleihen, die Bundesanleihen. Hier sieht man auch steigende Kurse und wir sehen hier den Goldchart eingeblendet. Wir sehen, dass wir kurz vor einem Ausbruch über diesen ersten Widerstand sind, hier im Bereich von 1.353 Dollar und dann wartet hier noch das Zwischenhoch im Bereich von 1.360 Dollar. Das heißt, gehen wir über diese Hürde hinaus, die schon sehr oft auch hier schon im August und hier mehrmals angetestet wurde, sollten wir hier hinausgehen. Dann dürfte sich die Aufwärtsbewegung beschleunigen. In dem Bereich von 1.400, 1.450 Dollar kann es dann nach oben gehen. Ja, wie kann man das spielen? Ich würde man hier auf einen Gold-GSCI-Faktor-Long zurückgreifen, also nicht auf den Goldpreis, sondern auf einen Derivat. Und hier der Kurs aktuell 10,97 Euro, Faktor 4. Hier sind wirklich so um die 30 bis 40 Prozent möglich in den nächsten Wochen, sollte dieses Szenario eben sich einspielen. Im Stopp-Kurs würde ich bei 9,50 Euro platzieren. Das war es schon wieder für heute. Wir sehen uns morgen wieder, beziehungsweise der Kollege Vögel. Viel Spaß mit dem Produkt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.